Sie möchten das Design in Ihrem Shop ändern, beziehungsweise auch das erste Mal erstellen und kommen da nicht so richtig zurecht? Vielleicht haben Sie das schon versucht, aber die Resultate sind nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Dann sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. Ich biete den Design-Service an für Gambio nach Vorstellungen, beziehungsweise auch wenn Sie eine Vorlage haben. Und ich denke, da finden wir gute Lösungen, wie Sie sich das vorstellen. Kontaktieren Sie mich gerne bei E-Mail, wenn Sie Fragen haben im Voraus. Dann können wir auch schauen, wie viel Zeit dafür benötigt wird. Aber das ist immer individuell, je nachdem, wie viele die Anforderungen für Ihren Shop sind oder für Ihr Gebiet. Ja, ich freue mich dann gerne auf Ihren Kontakt und bis bald in Ihrem Shop. Ja, ich freue mich dann.